Eine Haartransplantation, wie der Name schon sagt, bedeutet, dass man vom Haarkranz, also vom selben Patienten sozusagen, Haare entnimmt. Da gibt es mehr oder weniger drei Techniken, entweder Einzelhaarextraktion oder Streifentechnik. Oder wenn man die Haare erhalten will an der Entnahmestelle, auch mit einer Longhair-Methode. Und diese Haare werden entnommen, entweder präparatorisch oder mit einem System, wo man die Haare durch Oszillation entfernen kann, werden dann genau angesehen, kommen in eine spezielle Nährlösung und werden dann auch nach einer mikroskopischen Kontrolle eingesetzt, indem kleine Öffnungen an den zu transplantierenden Stellen gemacht werden. Musik Musik Musik